Ich glaube, das Pferd kann dich nicht hören. Dieses Pferd kann gar nichts hören. Wie macht er... Wie hat Vater das immer gemacht? Das Pferd kommt immer, wenn er es ruft. Vater konnte gut Pferde herbeirufen. Wirklich. Ich werde in seine Fußstapfen treten. Ich, Asta, die große Beschwererin, rufe dich an, mein Heudesrost-Skin-Faxi. Ich weiß, du bist taub, aber dein Huger hört mich. Meine Rufe haben gewirkt. Dein Pferd ist etwas aufgeregt, aber in Sicherheit. Ich, Asta, die große Beschwererin. Erst ihres Namens. Danke dir. Beschwör nächstes Mal eine Brücke. Wenn Vater noch leben würde, wäre er stolz auf mich. Oder es ging für...